SharePoint-Podcast, Ausgabe 392 vom 22.05.2018 SharePoint-Podcast Das auditive Update für den engagierten SharePoint-Anwender Themen, Trends, Tipps, Tricks, Talk Am Mikrofon Michael Gret Ja, zuverlässig wie fast jede Woche, herzlich willkommen zur 392. Ausgabe des SharePoint-Podcast Heute mit einem kleinen Special zum Thema SharePoint 2019 Ein kleiner Review der Keynote von Jeff Tipa und seinem Team Gestern auf der SharePoint-Conference North America in Las Vegas Was war Pfingstmontag abends, 18 Uhr, was macht man da? Natürlich schmeißt man sein Amazon TV an Und lädt den Firefox-Browser und startet dann Die zweistündige Keynote Gott, was heute alles möglich ist Gut, habe ich gemacht, habe ich verfolgt und war natürlich ein bisschen gespannt Darauf, was da alles kommt und natürlich auch gespannt darauf Ja, was dann zu SharePoint 2019 kommt Da denkt man ja immer noch so, da kommen bestimmt noch die paar Ankündigungen Die dann sagen, oh, wie wird denn die neue On-Premise-Version aussehen? Gut, wir können uns kurz fassen, denn das Ganze passte auf eine Minute Und auf eine Folie und zwei bis drei Minuten zum Schluss der ganzen Veranstaltung Mit anderen Worten, es spielte so gut wie keine Rolle Aber die gute Nachricht dann ist, es kommt natürlich eine SharePoint-Server-Version Also für alle, die es noch brauchen, wird es eine kommen Und was da drin sein wird, naja, das gibt dann irgendwann mal im Sommer eine Beta Man schraubt da dran noch und dann gibt es im Herbst dann die finale Version So, und wenn man mal guckt, was da gemacht worden ist Gut, hier stehen wir auf dem Beitrag, der dann jetzt noch nachträglich auf der Tech-Community veröffentlicht worden ist im SharePoint-Blog Ich sage mal, der Beitrag sieht jetzt auch nicht besonders hübsch aus Also das ist mal so, ich sage mal, minimal an Forderungen Und wenn da schon ein Zitat von Bill Gates und von Benjamin Franklin das Ganze noch aufheitern Egal Key Features Modern Site Pages, Pages, Lists und Libraries kommen auf den SharePoint 2019 Team News, SharePoint Home, Communication Site Komplette Unterstützung von OneDrive Sync mit dem neuen Next Generation Sync Client Verbesserter Hybrid-Support und Szenarios Neue Entwickleroptionen und Improved Support for Business Process with Power Apps und Flow Was immer sich dahinter verbergen mag So, das war's zu SharePoint 2019 Wenn ihr mehr wissen wollt Vielleicht, vielleicht war ja auf der Konferenz jetzt in den Breakout-Session noch etwas drin Was mehr dazu zu sagen hatte Oder aber nächste Woche in Mainz In der Mänse-Phase-Nacht Sondern da ist ja der European Collaboration Summit Mit prominenter Besetzung aus Las Vegas Also unter anderem Denholm Weser-Yu-Wohnen werden kommen Und die werden frisch und fröhlich auch nochmal zum neuen SharePoint Zu dem ich auch gleich komme Sprechen Aber da wird wahrscheinlich auch der ein oder andere dabei sein Der dann mal ein bisschen genauer zum SharePoint Server 2019 was zu erzählen hat Ich bin ja vor Ort mit Mikrofon und Kamera dabei Und werde auch ein Panel moderieren Was sich mit dem Thema SharePoint 2019 beschäftigt Und werde euch dann hier im Podcast und natürlich auch im Video ein bisschen genauer darüber berichten Das kann es ja noch nicht gewesen sein Also ich war ein bisschen enttäuscht Aber ganz ehrlich, wenn man sich im Nachhinein überlegt Ich hätte jetzt eigentlich auch nicht viel mehr erwartet Weil natürlich Natürlich Microsoft Den Fokus in die Cloud legt Ja was sollen sie auch anders machen Wenn sie seit vier oder fünf Jahren alles in der Cloud entwickeln Und da ist natürlich einiges hinzugekommen Oder ich habe in meinem Blogbeitrag Ich sage das jetzt nochmal Innovation und modernes Arbeiten findet eigentlich nur noch in der Cloud statt Sollte eigentlich jetzt jeder verstanden haben Und auch so wie die ganze Veranstaltung ablief Also wer jetzt noch nicht Zumindest mal ansatzweise darüber nachgedacht hat Mit Office 365 Oder wie es ja jetzt immer heißt Microsoft 365 In Zukunft seine Firma IT-mäßig auszustatten Der Ja Macht es einfach Guckt euch das einfach an Ihr müsst in die Richtung gehen Dann auf Dauer ist das andere nicht mehr Alleine Der war jetzt halt letzter Schluss Oh der müsste euch was ganz anderes Also macht doch alles über Slack Habe ich neulich auf einer Konferenz Hatte ich ein Roundtable moderiert Zum Thema Oder es hat ein Worldcafé moderiert Zum Thema brauchen wir eigentlich noch Intranets Und einer der Teilnehmer sagte Joach was bei uns im Unternehmen Das ist so ein Startup Da machen alle alles mit Slack Da brauchen wir überhaupt kein Wir machen nur noch alles mit Slack Und da habe ich gesagt Okay wie handhabt ihr denn so Ein Dokument Was irgendwie zehn Jahre aufbesorgungspflichtig ist Wie wird das denn so abgelegt Who cares Klar in fünf Jahren ist die Bude entweder verkloppt Oder diejenigen die daran arbeiten Sind schon im nächsten Startup Ja aber ich weiß schon Dass für viele die hier seit über 15 Jahren vielleicht schon SharePoint nutzen Darauf ihre Infrastrukturen Ihre Prozesse intern aufgebaut haben Die sich auch tatsächlich an sowas wie Regeln und sowas halten müssen Compliance und so weiter Ja für die spielt dann Sag mal so Dieses klassische Dokumentenablage und so weiter Auch eine wichtige Rolle Und ich sag mal so Dafür ist ja Office 365 Oder wie sagen wir mal Microsoft 365 Mit den ganzen Sicherheitsfeatures Ja immer noch das Ja eine super Plattform Das sei mal hier ganz einfach dahingestellt Und deshalb sollte man sich darum kümmern So eine Die erste Folie die Jeff Tipa rauszog War halt nochmal eine Folie zum Thema Content Collaboration in Microsoft 365 Also wir arbeiten mit Inhalten zusammen In Microsoft 365 Da steht ganz in der Mitte drin SharePoint Und das steuert den Zugriff von Dateien Von überall mit OneDrive Ganz wichtiger Punkt OneDrive for Business Dann die Zusammenarbeit mit Dokumenten In Office Anwendung Das ist auch mittlerweile ein ganz wichtiger Punkt Dass man gemeinsam in Word arbeitet Ohne sich dann auch noch Mit den ganzen Teilen Und einladen und so weiter Das geht alles immer viel viel Wie sagt man das schon Seamless Also viel besser mittlerweile Ganz nah am Arbeitsablauf Und mit möglichst wenig Schritten Kann ich mich mit anderen austauschen Und direkt an Dokumenten arbeiten Das geht mittlerweile super Dann natürlich das Teilen von Inhalten Da ist Teams natürlich ein ganz großes Ganz ganz großes Thema Integration von SharePoint In Teams jetzt auch mit voller Dokumenten Bibliothek Ansicht Unterstützung In Teams mit dem Modern UI Soll übrigens auch noch in Outlook kommen Intranet Seiten Da empfiehlt man dann Yammer und Stream Klar auch die beiden Komponenten Gehören damit rein Und Geschäftsprozesse Da sieht man Power Apps und Flow Und das Ganze in einem Umfeld Das die immer größeren Anforderungen Von Sicherheit und Compliance erfüllt Das macht Microsoft 365 Außerdem eine Anwendung für Entwicklung Eine Plattform für Entwicklung von Anwendungen bereitstellt Ich glaube da muss ich mich auch mal Auf der Collaboration Auf dem Collaboration Summit Mit ein paar Entwicklern unterhalten Mir fehlt da einfach zu sehr der Einblick Aber ich habe heute mal so ein paar Kommentare gehört Die mich stutzen lassen Und nachdem ich zwei, dreimal gestutzt hatte Sagte ich Da muss ich mich mal drum kümmern Ich muss mal fragen Wie eigentlich die Entwicklung Von Löser und Apps auf SharePoint Online ist Mit dem ganzen modernen Framework Und mit dem ganzen Das soll nicht ganz so simpel sein Wie man sich das vorstellt Oder wie es auch immer gezeigt wird Nun gut, kommt später Will ich jetzt nicht weiter rumrühren Aber was auf jeden Fall kam Und das ist ja auch dem Trend der Zeit Und wer die Bild vor drei Wochen gesehen hat Liegt ganz im Trend von Microsoft Cognitive Services, AI Die im Hintergrund immer mehr arbeiten So und das alles hat man dann gezeigt In den unterschiedlichsten Ausprägungen Also wie gesagt Hatte ich schon gesagt SharePoint Dokumentbibliotheken Können eins zu eins jetzt in Teams Mit eingebunden werden Also ich habe dann Um die volle SharePoint Dokumentbibliotheken Experience zu haben Brauche ich nicht mehr In die SharePoint Seite zu geben Sondern kann das dann direkt in Teams machen Auch die Integration von Planner In Teams ist wesentlich verbessert worden Viel Wert legt man natürlich Auf das ganze News System In SharePoint Also dass die News Seiten Immer komfortabler werden Dass man die mittlerweile Mit erweiterten Metadaten Und Filtern ausstatten kann Dass diese News Seiten Über die Hub Sites Aggregiert werden können Sodass ich dann Auch auf der Mobile App Ein wesentlich besseres News Feeling habe Und ich hatte schon ein bisschen So das Gefühl Dass dieses News Geschichte So ein bisschen Dieses Intranet Publishing In gewissen Bereichen ablösen Also ich denke mir so Meine Idee war jetzt so Naja jede Abteilung Jeder Bereich Hat halt seinen News Bereich Und die News kann ich jetzt Zum Beispiel auch über die App abonnieren Und kann die dann Über Hub Sites aggregieren Sodass ich die Information Aus den unterschiedlichen Abteilungen Halt über solche News Seiten Oder so regeln kann Müsste man sich mal unterhalten Ob das tatsächlich so ist Vielleicht hat ja jemand von euch Schon damit ein paar Erfahrungen gesammelt Ja es gibt eine später Lesen Funktion Wie gesagt die SharePoint Mobile App Wird komplett Mit erweiterten Funktionen Angeboten Es gibt so ein Finde Tab Mit AI Unterstützung Und dann Achtung Der Genehmigungsworkflow Für Pages in SharePoint Kommt neu basierend Auf Microsoft Flow Kommt also mit so einem Wenn ich das richtig gesehen habe Mit so einem Standard Flow Aber natürlich kann ich Den dann aufmachen Und reinhacken Und den um meine eigenen Anforderungen erweitern Das ist so Wenn ich das so richtig Erinnere Ist es da eigentlich Der erste Out of the Box Flow Der in SharePoint eingebaut ist Der eben auf Flow beruht Also kommt Ja und dann gibt es ein paar neue Webparts für Wetter Text über Bild Das ist auch so Dass ich über mein Bild Einen Text einbinden kann Ein überarbeitetes Webpart Für Stream Und ein neues Webpart Yammer ist ja dich tot zu kriegen Und ist super Also ich habe ja das letzte Mal Doch ich schon erzählt Yammer ist super So ich gucke mal nochmal rein Also OneDrive Ich gucke mal rein Ich habe nochmal so ein paar Andere Stichworte drauf Hans Brenner hat einen schönen Artikel geschrieben Was alles neu in die neue OneDrive App kommt Eins ist da sicherlich super Dass man direkt aus der Mobilen App heraus Scannen kann Und dann auch so mit Inhaltserkennung Und allen schönen Sachen Gezeigt wurde Es hat Ich glaube An einem Bon Dass man den Schauen kann Und was auch kommen wird Ist das sogenannte Camera Roll-Up Load To OneDrive For Business Also dass ihr eure Fotos Von der Kamera Direkt nach OneDrive For Business Hochladen könnt Und übrigens auch Zum anderen OneDrive Und wenn ich das richtig Erinnere jetzt Das ans Public OneDrive Geht wohl schon demnächst Und das ans OneDrive For Business Kommt gegen Ende des Jahres Ja Und da man ja Mittlerweile dort Riesigen Speicher hat Ja Da Gibt es natürlich Eine ganze Menge So Da gibt es auch Eine neue File In OneDrive Eine neue File Card Habe ich gesehen Ich gucke mal Beim Hans rein Der hat das ja so schön Geschrieben Hans Das ist mein guter Was dazu geschrieben OneDrive Mit neuer Scannerfahrung Genau Ah Es gibt beim Teilen Von Links Von externen Links Jetzt die Möglichkeit Diese mit einem Passwort Zu schützen Man kann auch verhindern Dass bestimmte Inhalte Heruntergeladen werden Dann Ja Das waren so die Wichtigsten Sachen Die man machen kann Wie sagt Hans Hans hat es ausführlich Mit ein paar Screenshots In seinem Blogbeitrag Ergänzt Ich verweise Da einfach mal Auf die Shownotes Wo ich diesen Artikel Verlinkt habe So Ein weiteres Highlight Was ich da fand Das war halt Die Integration Von AI Und ich finde Das ist eines Der spannendsten Themen Die man in der Cloud Sehen kann Weil das sind So die kleinen Schritte Die passieren Die dann bestimmte Funktionen reinbringen Die automatisch Geschehen Und ich sage mal Man muss da gut Darauf achten Dass man sich Nicht zu sehr Auf das Ganze Verlässt Oder zumindest Nur dann Darauf verlässt Und man weiß Dass es auch Richtig arbeitet Ich sage mal Nur Übersetzung Also wenn ich Immer so diese Übersetzungsfunktionen Diese automatischen Übersetzungsfunktionen Wie zum Beispiel Auf dieser Bild Keynote sehe Oder in den PowerPoint Wo man dann In 32 verschiedene Sprachen übersetzen kann Ich bin da immer Ein bisschen skeptisch Wenn ich mir Die in Deutsch Übersetzten Artikel Auf den Microsoft Dokumentationsseiten Bei Support Oder Tech Community Ansehe Dann habe ich doch Meine Starken Bedenken Beziehungsweise Der gute Mike Janotti Aus USA Sitzt glaube ich Immer noch In Philadelphia Jeder kennt Den SharePoint Samurai Zumindest Wer schon lange Mit dabei ist Der hat Am Wann war denn das Am Samstag Nein am Freitag Hat er seit längerer Zeit Mal wieder ein Live Video Gemacht Über Skype Broadcast Das ich tatsächlich Im ICE Mitverfolgt habe Erstaunlicherweise Hat die WLAN Verbindung Im ICE So gut Funktioniert Dass ich mir Dieses einstündige Live Video Aus Philadelphia Dort anschauen konnte Und Ich sage Erwähne das deshalb Weil man Eine automatische Transkription Von Mike Seinem Video Und seiner Gesprochenen Worte Anzeigen lassen konnte Und Ich habe gelacht Das war eine ganz lustige Übersetzung Und wenn das Und wenn das Auf einen umgekehrten Fall So geht Dann würde ich sagen Ist Ist das immer noch Ein Proof of Concept Das hat aber noch Nichts mit Also ich kriege Irgendwie den Sinn mit Aber man kriegt Überhaupt keine Feinheiten mit Oder man kriegt auch Überhaupt gar keine Stimmung mit Und ich sage mal Okay ich weiß Ohne halbwegs Wie es darum Worum es da gegangen ist Alles klar Aber Wenn es dann Sagen wir mal Um Vertragsverhandlungen Oder um Dinge geht Wo es dann auch mal Auf den Tonfall Auf genaue Formulierungen Oder ähnliches ankommt Dann ist das da noch Aber Meilenweit Entfernt SharePoint Eine ganze Menge Analyse von Bildern Na ja So was zum Beispiel Ja und dann kam Okay und dann kam Dann kam SharePoint Spaces Okay SharePoint Spaces Ja da haben natürlich alle Er sagt Oh SharePoint Spaces Was ist SharePoint Spaces Was ist SharePoint Spaces SharePoint Spaces ist so eine Ich will mal sagen Das steckt noch nicht mal im Alpha Das ist irgendwie so eine Vision Was man so bauen kann Im Grunde genommen Wer jemals mal Minority Report gesehen hat Mit Tom Cruise Der kann sich vorstellen Wie das geht Ich setze mir meine Hololens Oder meine Brille auf Nehme die Detektoren Oder die Ich weiß nicht wie die Dinger heißen Jedenfalls diese Griffe in die Hand Damit ich auch was bedienen kann Und dann fange ich an In einer virtuellen Umgebung Mit meinen Dokumenten Und meinen SharePoint Seiten Hin und her zu werkeln Dafür gibt es dann Ein fertiges Webpart Was ich einbinden kann Das der mit Listen Und so weiter verknüpfen kann Das mit verschiedenen Templates Kommt wird Um schon eine bestimmte Grundausstattung zu haben Also sonst eine Mischung Aus Virtual Reality Argumented Reality Wird da zusammengepackt Und dann kann ich dann Zum Beispiel Mit neuen Webparts Was hier so an Dingen Angeboten wurde Die 3D Dokument Library Oder natürlich die Was immer wieder geht Super 3D Charts Die ich dann mit meiner Brille Reingehen kann Ja Ob es das jetzt wirklich In SharePoint braucht Lass ich mal offen Heute bestimmt noch nicht Das funktioniert ja auch noch nicht Ob wir alle mit Brille rumlaufen wollen Ich glaube auch nicht Jeff Thieper Schien Ich sag mal so Er ist ja sonst immer sehr begeistert Aber bei diesem Teil Der Session War ihr Ich sollte mal sagen Leicht verhalten Was ihr so gesagt Genau Aber Ja Irgendwas in der Richtung Wird ja später mal kommen Und ich sag mal Wenn es dann irgendwann mal so Ohne Brille auch mal Einfach mit Besserer Experience Auf Mobilgeräten Oder so weiter geht Lassen wir uns mal überraschen Also es ist alles noch irgendwie In der Pre Pre Phase Und Mal gucken Was da kommt Also SharePoint Spaces War natürlich jetzt so Der Eyecatcher Von der Praxisrelevanz her Würde ich sagen Eher so Das Geht so Gut So ja Hub Sites Komm Klar das haben wir schon gesagt Und dann kam noch eine Menge Auch hinsichtlich des Admin Centers Was man dort machen kann Die verbesserte Unterstützung Von Geolocations Wenn ich also mein Ein multinationales Unternehmen bin Was Seine Daten An den unterschiedlichsten Stellen In der Welt zu liegen hat Dann kann ich das jetzt auch gut Über Die ins Admin Center Managen Wer wo Eingerichtet wird Es gibt irgendwie so Ein GDPR Analyse Teil Mit dem ich da auch nochmal Reinschauen kann Ja Und Gut Das war im Grunde genommen Das was ich jetzt so Als Im Wesentlichen aus Dieser ganzen Keynote Mitgenommen habe Also Sicherlich super toll Was online In SharePoint Alles weiterentwickelt wird Aber Und das habe ich glaube ich auch schon von Vor 100 Beiträgen gesagt Vor 100 Episoden gesagt SharePoint Heutzutage ist Nichts mehr Mit dem zu vergleichen Was wir früher In der SharePoint Verstanden haben Das ist ein Teil Von Office 365 Oder wie es jetzt heißt Microsoft 365 Das ist eingebettet Komplett in Teams In Planner In Yammer In die ganzen Sonstigen Funktionen Alles miteinander Verwoben Und verknotet On-Premise Hat noch Sein geduldetes Plätzchen Irgendwo Am Rande Am Katzentisch Wie man sozusagen Pflegt Was da kommt Lassen wir uns überraschen Ich lasse mich auch überraschen Nächste Woche Auf der Collaboration Auf dem Collaboration Summit In Mainz Ich bin da Der Gernot Kühn Wird mit dabei sein Wir werden SharePoint Sender machen Wir werden live davon streamen Ich werde aufzeichnen Machen Interviews führen Das gibt es dann alles Hier im Podcast Verfolgt live Auf SharePoint Social Da werden wir die Ankündigung machen Oder auf dem Twitter Kanal Oder auf Facebook Oder auf LinkedIn Egal wo Ihr könnt mir auch auf Wie sag ich mal schön Ihr könnt mir auch auf Snapchat Oder Instagram folgen Ich bin das für nicht Aber ihr könnt mir trotzdem da folgen Egal Schon uns wie üblich Auf sharepointpodcast.de Termine und Angebote Falls ihr irgendwo noch Vergünstigt hingehen wollt Findet ihr natürlich immer wieder Auf SharePoint Social Unter den Community angeboten Und in diesem Sinne Sagt Tschüss Bis zum nächsten Mal Das war der SharePoint Podcast Das auditive Update Für die engagierten SharePoint Anwender Feedback und Kommentare Bitte auf SharePoint Podcast Punkt De MAN Begrüß So Begrüß Begrüß So Ey Begrüß Begrüß Morning Bus Begrüß Begrüß